Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen bei mir im Atelier. Es ist Winter, aber heute gehen wir in die Natur. Ich habe mir eine schöne Landschaft in der Schweiz ausgesucht und versuche nun diesen Landschaftsteil in ein modernes Aquarell umzusetzen. Ich beginne immer mit einer Skizze. Die Skizze ist der Leitfaden durch das ganze Bild, aber vor allem bei der Umsetzung soll die Fantasie das Zepter übernehmen. Also richtig los mit Spaß und Freude. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020